Die Freiheitlichen halten das gesamte Corona-Gesetzessystem für verfassungswidrig. Die FPÖ hat eine Strafanzeige gegen Gesundheitsminister Anschober, Bundeskanzler Kurz, Vizekanzler Kogler, Finanzminister Blümel und Innenminister Nehammer wegen Amtsmissbrauchs eingebracht. Zitat Die Bundesregierung hat seit März 2020 ein gesetzliches und verordnungsmäßiges Regelsystem geschaffen, mit dem sie weitreichende Fair- und Gebote erlässt, die unmittelbar in verfassungsrechtlich gewährleistete Grundrechte eingreifen. Wer sich nicht daran hält, wird streng bestraft. Zitat Ende So begründet Klubobmann Herbert Kickl das Vorgehen. Die FPÖ hält das, Zitat, gesamte Corona-Gesetzessystem für verfassungswidrig. Gepostet von Herbert Kickl am Samstag, den 6. Februar 2021. Kickl attestiert dem Gesundheitsminister wiederholt amtsmissbräuchliches Vorgehen. Etwas ein, dessen Verordnungen nicht durch das Covid-19-Maßnahmengesetz gedeckt. Zu anderen habe Anschober Verordnungen nach demselben Prinzip erlassen, wie jene, die durch den Verfassungsgerichtshof aufgehoben wurden.